Hier geht's direkt nach Teil 1 weiter Aha, Thämo Stufe 3, jetzt geht's los, jetzt zieht Thämos, komm in mein Gesicht Aha, Thämo Stufe 3, jetzt kann wieder nichts passieren Aha, Stufe 3, let's go Mir kann nichts passieren, gar nichts, außer wenn ich runter fliege Nein, die Shucks auch noch Nein Damn Level 1 Oh, nice Alter Level 2 Für einen Schub Oh mein Gott Drei Kristalle? Nicht schlecht Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus Ich muss Energie sparen Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast Er könnte mal kurz im Chat schreiben, was ihr seht, also wo ihr gerade seid gegen einen nerd, ein psychonerd oh die grünen sind übel schlimm und es wird eine macht entstehen die die erde zerreißen kann aber wenn man sie richtig einsetzt können die kristalle die energie aufnehmen und eindämmen crash bist du da ich hab dich schon überall gesucht ich hab nicht viel zeit dir das zu sagen aber du musst vorsichtig sein cortex zu vertrauen ist sicher keine gute idee ich kann die verbindung nicht mehr lange offen halten crash sind wir ja 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 ja